ARD Text im Auftrag von Funk ja hast du ein weizen dabei könnten wir uns hier einen gefiederten freunden wir müssen erst mal die seite von bohren na oh mein gott das krumm ist da rüber geflogen, alles klar na, low forest, low oh mein gott ja scheiße fuck ich darf es warum ich bin da gerade runtergefallen cool jetzt musst du überlegen wie du runterkommst ich hab mal einmal dabei, könnte man das aufzug machen ja das wäre ganz cool es kostet aber 10 nicht mal hm ja warte sag mir wo deine Sachen sind, machen wir das aufzug weißt was steht das Problem ist wenn meine Sachen da unten liegen ja ich weiß nicht wo deine Sachen sind hat sie da unten einen Kabbelstorn hingegebauten oder warst du das ne gut wenn ich da einen Mops bohren kann da sein wo bist du denn und wo ist das mach da soll ich hier, warte ich hier machen wasseraufzug ja ja ich mach wasseraufzug hau wüt hau wüt Was ist da drüber? Das war wieder unglaublich klug. Und das war noch klug. Alle zwei Meter irgendwo runterführen, glaube ich. Äh, wie viele scheiß Pilze jetzt? Nein. Boah. Ah, ich muss mich immer lehnen zu dir. Gefällt mir. In the sky. Oh, ne, 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 ne. Schwimm. Wollen wir jetzt gleich im Haus drin, dann mal kurz, äh, bin ich kurz AFK, beziehungsweise, ich bin schon noch am Keyword, aber ich stelle noch kurz die Playlist oder eine Musik-Playlist, oder eine Musik-Playlist, oder was das ist. Oh, ja. Schau mal, ich hab den Weg gemacht, hierhin. Das ist aber. So, dann muss ich mal kurz hier hin. So, dann muss ich mal kurz hier hin. So, die erste Platte. Let's Play Music. Was ist das für mich? Ah, das hatten wir schon. Hatten wir das schon? Das ist egal, dann machen wir hier hin. Okay, wir haben nochmal alles rein hier. So, Wiedergabe. Nein! Ist jetzt wieder alles nur einzulack gegeben. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, irgendwie. Das ist komisch. Eine Playlist, genau. Das wollte ich. Ja, was ist das? Ah, das ist gut. Das ist eigentlich gut. So. Ich hoffe ihr hört das. Ja. Wenn wir schon mal kurz zusammenbinden, So, das war's. So, ich habe noch mal. So, der Fall, ist es ein bisschen abhängig. So, ich habe das hier, dasselgeist zu machen. Äh, das, äh, das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da. Gehen wir jetzt gleich runter in die Mine oder wollen wir jetzt nochmal oben was machen? Käse. Ja. Wie, ich muss noch hier kurz was mit Blasen hinbauen und so. Ja, wir wollen, fangen wir erstmal an ein bisschen mit, äh, mit der, äh, mit der Insel, wo wir dann die ganze Tiere draufblenden. Machst du? Ja, dann hilft mir halt, dann geht's schneller. Ich muss kurz mein Tempel hier richten. Ich geh da ein bisschen weiter weg und baue da erstmal ordentlich Dirt ab. Ich nehm' mich da, ach so, ja, ich wollt' mir nochmal ein Schwert machen, weil ich kann locker besser immer auf so irgendeine Fiete. Kann man eigentlich auch aufs Kleed Stone ein Schwert machen? Kannst du mir einfach schauen. Ich hab' meinen kleinen Darba-Schutz gemacht. Ja, Mann, das ist cool. Nee, sonst geht echt nicht, muss kommen es so an, ne. Ich hab' meinen kleinen Darba-Schutz gemacht. Ja, Mann, das ist cool. Ich habe mich gerade noch verwirrt. Was wollte ich jetzt machen? Ich schweate. Genau. Dankeschön. Bitte. Soll ich dir auch gleich einen Bogen machen? Ja. Boah, ich will jetzt dich nicht hier die ganze Zeit aufhalten. Das ist kackig. Bogen. Was wollte ich machen? Ein Bogen. Boah, ich bin gerade voll verwirrt. Ein Bogen. Ah ja, genau. Ich habe einen Kraftingtail. Das wird hier schon was gemütliche in dem Raum. Kommen wir noch ein paar Bilder? Sieht da schon mal zu cool aus, glaube ich. Ich habe einen Bogen. Boah, ich habe noch etwas ganz cooles gesehen. Ich muss kurz überlegen, wie das ging nochmal. So, ne? Cooler Scheiß. Funktioniert echt. wird's Blinker. Aber wer muss mich beeindrucken, warum? Deiratend zu werden. So, una Olha. Oh, ich will. Sammisch. Spur. Das Gefühl meine ... Machen machen. Ähm, mir fehlt voll viel Kohle. Wie siehst du denn aus? Alter, weißt du wie du auch schaust? Drück mal, äh, 5. Ja, schon. Machen wir jetzt auch eine. Arschloch. Warte, ich zeig dir mal einen Trick. Du musst, du musst bei 1, äh, bei 1 und bei 3 musst du 1 hinmachen. Also du machst sozusagen eine Brust, danach machst du, ähm, sozusagen einfach über die, über die Brust, wo die, wo die Eisenpfeile sind, machst du die Füße drüber und einen Helm. Mhm. Checkst du's? Ja. 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 Ich baue mir dann sogar schon ein Lever-Portal. Ich baue mir auch sie dann ab und so. Hat mir nie jemand speziell gemacht. Nur da warte, baue ich hier auch noch kurz. Ich habe wohl die Essen-Probleme irgendwie. Was? Was? Haben Sie Kacke mit? Ja, Kacke. Hast du gewusst? Kackeln? 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 Äh... Warum? Hm? Oh! 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 Hehehe. Okay, den Ofen nehme ich wieder mit... Dann nehme ich... Dann nimmst du den're Crafting-Box mit. Okay... . Was sind denn die Bösen? Ich auch. Ich habe so viele Essensprobleme. Ja, da habe ich etwas mehr, glaube ich. Ah, ich habe da auch Pilze. Oh nein. Ein Rottenflash. Aber dafür habe ich noch Weizen. Ja, genau. Ich schaue, ob was mit meinen... Oh, lassen wir da was wieder gesetzt werden. Oh, ich pflanze da jetzt Kürbisse hin. Übel spreche. Warte, ich habe Kürbisse, aber die müssen ja pflanzen. Hast du zuschauen? Oh mein Gott. Verpest dich doch. Mhm.